so hallo ihr lieben guten morgen schön dass ihr da seid wir sind gerade im sportpark und drehen wir für euch noch ein video mittwochs mache ich für euch immer beine und po und danach stretch and relax so dann fangen wir an macht dein wohnzimmer frei es geht los lasst die beine ein bisschen breiter als die hüfte lasst die arme locker und hoch und zurück hoch und tief hoch und tief hoch sehr gut zieh beide schultern nach oben und zurück hier wir gehen wir sind schneller kommen die beide schulter hoch boom boom 4 3 2 gleich hier öffnen schlissen öffnen und tief öffnen schlissen öffnen tief 1 2 3 und tief 1 2 3 noch mal gleich hier hoch zurück links hopp lang zurück sehr gut popo tief down in ab kör und ab popo bau popo bau popo bau popo bau popo bau la rechts links rechts links links here we go zieh deine ferse hoch bis zur Po ha 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 hoch gut nimm den Arm mit und zieh die Ellenbogen nach hinten hey vier drei da wo du da bist du ziehst deine Fini hoch hopp 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 nach oben nach oben kick nach vorne super zieh deine Nini hoch sehr gut bleibe hier wir gehen back und vor back du bist auf das linke Beine und deine rechte Beine schwingt nach hinten nach vorne nach hinten nach hinten nach vorne nach vorne nach vorne nach hinten nach vorne hinten vor nach hinten vor nach hinten du bist ein bisschen tiefer gut schwingen schwingen das linke Beine bleibt gebeugt und ganz weit nach hinten die letzte vier drei bleib hier links gut schwingen hier ein bisschen tiefer linke Arm vor linke Beine nach hinten gut folge mir das nächste Bein gut letzte Runde vier drei zwei eins gut bleibe hier und öffne die Fußspitze nach außen komm tief und lass deine Ellenbogen genau auf deine Knie du bist hier gut wie geht es dir entspannt sehr gut bleibe hier und da aus gehen wir nur in diese Position dein Oberkopf zeigt nach vorne zu mir Down and up. Down and up. Super. Oberkörper nicht hier. Du musst nach vorne zu mir sein. Du gehst. Down and up. Du kommst mit den Fingerspitzen. Aber du machst nicht hier. So. Gut. Alles gut? Hey. One, two. One, two. One, two. Open and close. Open, close. Open, close. Open, close. Open. Jetzt nochmal. Jump, tief. Jump, tief. Boom, tief. Boom, tief. Ja, Popo bleibt immer hier. Fest. Four, three, two. Bleibe. Gut gemacht. Bleibe hier. Spann den Popo. Und schieb trotzdem ein bisschen nach hinten. Du gehst rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Popo nach hinten schieben. Hier, du musst spüren, dass der Popo ein bisschen in Spannung ist. Here we go. Hier natürlich die Innen-Oberschenkel und Außen-Oberschenkel intensiver spüren. Super, Leute. Beide Ferse hoch. Jetzt press meine Hände gegen deine Knie. Und heb deine Ferse höher. Sehr gut. Macht weiter. Macht weiter. Super. Bleibe oben. Hoch, 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 hoch. Der Popo geht tiefer. Die Ferse gehen höher. Halte durch. Nach vier. Drei. Zwei. Eins. Bleibe hier und lass die Beine locker. Super. Alles okay? Wir sind immer noch in der Position. Super. Bleib nochmal. Gut. Popo anspannen. Leer machen. One, two, three, four, hoch. 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 Drei ohne hier. Feier ohne hier. Hop. One, two, three, four. Die letzte. Bleib hier. Die Fersen sind hoch und du halsst durch. Alles okay? Gut. Letzte Runde. Fersen hochhalten. Fersen hochhalten. Gut. Wir gehen wieder zurück in diese Position. Jetzt beugst du das rechte Bein wieder. Wir haben noch eine Übung hier. Ganz wichtig. Standbeine beugen. Popo nach hinten schieben. Po schieben. Linke Beine. Side. Back. Side. Und nach hinten. Come on. Side. Nach hinten schieben. Öffnen. Linker Arm zu mir. Öffnen. Linker Arm. Nochmal. Öffnen. Nochmal. Das vordere Bein ist gebeugt. Und das Gewicht ist nach hinten. Das ist wichtig. Nochmal. Hopp. Bleib nach hinten. Postieren hier. Schieb deine linke Arm vor. Deine rechts Arm zurück. Jetzt ist wichtig. Beine gebeugt. Popo nach hinten schieben. Schau von deiner Fußspitze. Und achte darauf, dass der hoch ist. Hier. Gut. Du schiebst beide Arme vor. Hopp. Hopp. Warte. Halt durch. Es muss brennen heute. Acht. Sieben. Gewicht weg von den Zehenspitzen. Popo nach hinten schieben. Die letzte vier. Drei. Es muss brennen. Zwei. Hoppa. Massage. Ich hoffe, du hast was hier gemerkt. Ja? Gut. Wechsel. Es geht direkt los. Das linke Bein bleibt als Standbein. Gut. Du schiebst deine Po zurück. Nach hinten. In die Länge. Dein Rücken geht nach oben. In die Länge. Super. Bleibe hier. Und du ziehst jetzt das rechte Bein. Achtung. Wir machen. Seit. Nach hinten. Seit. Und nach hinten. Woo. Seit. Und nach hinten. Machen wir ein bisschen den Arm. Seit. Und nach hinten. Deine rechte Arm geht nach vorne. Probier hier nicht abzusetzen. Dein rechter Fuß bleibt in der Luft. Yes or no? Nochmal. Fußspitze weg. Noch eine Runde. Nochmal. Hopp. Das linke Bein mehr beugen. Mehr beugen. Sehr gut. Bleib hier. Gut. Schieb das rechte Bein nach hinten in die Länge. Schieb deine Popo nach oben. Schieb deinen rechten Arm vor. Deine linken Arme hier. Bleib. Popo nach hinten schieben. Du bist hier. Jupp. Sehr schön. Jetzt. Achtung. Komm bitte. Das linke Bein. Komm bitte mit den beiden Armen nach vorne. Beide Arme nach vorne. Probier deinen Blick zu fixieren. Dann wird es nicht so wackelig. Jupp. Schaut an einen Punkt. Und dann wird es fest. Halte durch. Halte durch. Halte durch. Beuge mehr das linke Bein. Noch acht. Sieben. Hoch. Sechs. Spann der Popo. Vier. Zwei. Eins. Und relax. Super. Beine lockern. Wie geht es euch? Alles wieder gut? Gut gemacht. Jetzt. Du bleibst mit deinen rechten Beinen hier. Und wir machen einen Ausfallschritt mit rechts nach vorne. Schau. Einen großen Ausfallschritt. So dass dein hinteren Knie unter deine Hüfte ist. Jupp. Komm wieder zurück. Und wir machen den Ausfall nach hinten zurück. Gut. Hier auch. 90 Grad Winkel. Komm wieder hoch. Super. Jetzt. Du gehst nach außen. So weit wie es geht. Yes or no. Gut. Und bleibe hier. Bist du bereit? Vor. Zurück nach hinten. Zur Seite. Und in die Mitte. Bereits dich vor? Es geht los. 4, 3, 2, rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Gut. Der letzte Schritt. Gehst du diagonal. Zurück. Ganz weit. Jetzt. Hinter deine Beine cross. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Nach hinten. Hopp. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nach hinten. 1, 2, 3, 4. Come on. 1, die letzte. 2, 3, 4. Bleibst du hier? Gut. Alles okay? Komm bitte mit deiner linken Hand auf den Boden. Und du bleibst diagonal. Super. Körper Richtung 12 Uhr. Fuß nach hinten. Richtung 5 Uhr. Jetzt presst du deine linke Ferse nach hinten tief. Schau. Nach vorne. Press zurück. Are you ready? Press zurück. Gut. Bleib hier. Hoch und tief. Nochmal. Hoch und tief. Wenn du willst, kannst du deine Hand absetzen, aber nicht zu stark. Die letzte Runde. Hopp. Du musst hier spüren. Schieb den Popo zurück. Schieb den Ferse Richtung Boden. Die letzte. Hopp. Knie absetzen. Woo. Hammer. Wie geht's? Komm hoch. Boah. Du musst richtig spüren, ja? Wie geht's? Beine lockern. Es muss brennen. Massage. Woo. Gut. Auf geht's. Jetzt das Gewicht bleibt auf rechts. Das rechte Bein geht hoch. Und das linke Bein ist, bleibt als Standbein. Ich starte langsam. Vor. Zurück. Seitlich. Four. Three. Nochmal. Achtung. One. Two. Three. Four. Five. Six. Ganz weit. Fußspitzen. Eine Linie. Jetzt. Cross. Nochmal langsam. One. Two. Three. Four. Five. Six. Bleib hier unten. Cross. Alles okay? Komm nochmal langsam. Bleib tief. Popo. Bleib unten. Einmal Cross. Bist du bereit? Tempo. One. Two. Three. Four. Nochmal. One. Two. Three. Four. Auf geht's. One. Two. Three. Four. Nochmal. One. Two. Bleib unten. Three. Die letzte Wunde. Komm mit mir. Einmal noch zum Schluss. Tief bleiben. Tief bleiben. Bleib bitte hier. Stay. Tief. Setz deine, nur die Fingerspitze auf den Boden. Jetzt, schau mal. Das rechte Beine durchstrecken. Ferse zurück. Ferse nach vorne. Ferse zurück. Ferse nach vorne. Bleib zurück. Wenn du willst, darfst du die Hand absetzen, aber weniger Gewicht hier. Mehr hier das Gewicht lassen. Schau. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Unser Training ist für die Außenmuskulatur. Nochmal. Und Außen-Oberschenk. Hup. 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 Schieb zurück. Gewicht weg von deiner rechten Hand. Und. Ungelegt. Hammer. Uh. Massage. jetzt brauchen wir bringt etwas wir brauchen eine Matte und ein Handtuch ja ok du legst dich auf die Matte und du brauchst ein Handtuch auf geht's hier in die Richtung ist besser für euch gut ganz wichtig gut du brauchst eine Handtuch ja so dass es ein bisschen Backbammer ist weil wir trainieren die Beine Hochseite ok Beine Hochseite Po Intensiv here we go schau mal hier ich mach mal so ein bisschen diagonal gut legst dich auf die Matte setz die Ferse unter deine Knie-Linien alles ok bleib hier und hoff den Popo hoch super achte auf dass diese Linien entstehen Knie Hüfte und Schulter bist du bereit wir gehen nach unten Down und zurück hoch nochmal du musst deine Hinten Oberschenken spüren hopp wenn du ziehst heben wir den Popo noch ein bisschen nochmal hopp hopp sehr gut hopp noch mal tief und hoch noch mal tief und hoch macht weiter sehr gut achtet darauf macht weiter dass der Popo richtig hoch geht schieb weg und Popo hoch die Beine schieb Popo senkt und du gehst hoch nochmal Beine senken Popo senken und hoch auf geht's spann der Popo fest wenn du oben bist here we go bleib hier super alles ok halte durch hier halte nur gut letzte vier drei nur halten und relax gut möchtet ihr schon was das war unsere erste Runde wir machen noch noch eine Option du kannst intensivieren schau aber das nur für die Profis sonst bleib hier hier we go das ist hart genug hopp hopp nochmal hopp nur wenn du intensiviert bist machst du hier ok hier musst du deinen Bauch sehr hart intensiv spannen sonst bleib hier hopp noch mal hopp der Popo geht höher hopp noch mal hopp letzte bleibe bleibe hoch Popo hoch 8 7 6 5 4 3 2 und relax good pause jetzt öffnest du deine Hand zu ja bist du bereit die Füße sind ein Hüfte breit oder ein bisschen breiter Hüfte Popo hoch Achtung du machst die Beine zusammen und auseinander nochmal zusammen auseinander zusammen auseinander warte kurz Achtet darauf ich zeige euch noch ein bisschen seitliche so dass ihr das richtig spürt ganz wichtig öffnen die Füße mehr gut Popo hoch ok schließen 1 and 2 1 and 2 1 and 2 komplett hopp super die letzte Runde bam bam beide Füße fest hopp bam bleib offen öffnen Popo hoch halte 4 3 2 wuuu schwing dich nach oben ich hoffe du hast was gespürt wuuu letzte Hübung zum Schluss setz dich zurück alles ok bleibe hier gut ganz wichtig du schiebst dich zurück nach hinten in die Länge jetzt spreiz die Finger und komm nach vorne Bauch bis nach vorne nach oben hoch nicht rund machen hier nur fest here we go ready schließ die Knie zusammen und heb die Knie weg halte durch sehr gut das linke Bein bleibt fest dein rechter Fuß löst du Außenrotation schieben Außenrotation und schieben außen back hopp alles gut achte darauf dass dein linker Knie unten bleibt nicht so schau nochmal runter ja natürlich wenn es bei dir nicht geht darfst du deine Knie absetzen und hier weitermachen ja noch eine Runde come on pump 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 die letzte zwei up zurück hoch zurück gut habt ihr was gemerkt sehr gut diese Übung ist sehr intensiv ja da arbeite die ganze Muskulatur zusammen dadurch dass deine Standbeine auch deine Knie auch weg vom Boden ist wenn aber du neu bist im Training lass deine Knie runter here we go andere Richtung schieb dich zurück und komm hoch hier schau Bauch aktiviert dein Bauch zieht nach oben zur Wibbelsäule spann fest zieh deine Knie weg rechte bleibt linke geht here we go außen Rotation Kickback wenn das für dich zu schwer ist what egal okay hier ist schon genug here we go wenn du aber intensivieren willst hier wir sind gleich fertig hopp 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 Yao vorbei und dann Wenn du den Knie auswählst ja ja wir machen noch eine Runde aus den Rotation die letzte hopp Bauch fest BIG rechte Knie sinken Noch einmal komm whiskey wie geht's euch Ich schwitze, ich merke es. Ich hoffe, du auch. Let's do your bones. Stumpflöse, ihr Lieben. Bist du bereit? Bleib hier. Setz dich in diese Position. Bleib hier. Merkt ihr was? Gut. Jetzt, wir setzen uns nicht so ganz tief. Wir ziehen ein Stück hoch. Und du bleibst. Alles klar? Von dem hier zu dem. Wir sind immer noch mit dem Po unter deinen Knie-Linien. Bleib. Start hier. Zieh dein Bauchdeck nach innen. Du machst so. Ich zeige euch ein bisschen diagonal. Schau. Bauch weg. Popo zurück nach hinten. Halte durch. Halte durch. Keine Pause. Die letzte acht. Komm. Acht. Sieben. Bauch zurückziehen. So schützt du deine Bibelsäule. Boom. Zieh nach außen. Bein. Four. Three. Two. Woo. Hammer. Bleib hier. Und relax. Setz die Fuß auf den Boden. Wackel ein bisschen hier. Ja. Alles gut? Locker lassen. Gut. Bleib. Lass das rechte Bein vor. Und das linke Bein schiebst du zurück. Wenn du willst. Hier. Bleib hier. Deine rechte Popo. Back vom Boden. Super. Gutes Training. Hopp. Switch. Alles gut? Das ist die letzte. Letzte Stretch. Noch. Kurz. Good. Unrelaxed. Leider hier. Good. Schau's nochmal. Chris. Bist du die noch ein bisschen leise? Super. Danke. Schaut nochmal jetzt in unseren YouTube-Kanal. Ja. Und du wirst verschiedene Workouts sehen. Cardio. Ganz-Körper-Training. Bauch-Training. Po. Beine. Ja. Heat-Training. Und auch Stretch and Relax. Das heißt, am besten jetzt guckst du das nächste Video. Es ist Stretch and Relax. Gut. Bleib hier. Setz dich jetzt mal so. Wie geht's euch? So. Schaut an unseren Kanal und guckt alle Videos, die da sind. Die sind frei für euch geschaltet. So dass ihr zu Hause trainieren könnt. Vielen Dank. Und bis bald.